Nachdem es in den letzten Tagen immer wieder recht kühl und vor allem recht nass war, ist es am heutigen Donnerstag, man sieht es schon, doch recht sonnig. Und das ist besonders schön, denn das ist nur einer der ersten Tage, auch am Freitag, da wird es sehr, sehr sonnig werden und da erwarten uns sogar Temperaturen bis zu 29 Grad und da heißt es unbedingt nach draußen gehen und die Sonne noch ein bisschen genießen. Auch am Sonntag, da wird es untertags noch einmal sehr, sehr schön, da erwarten uns sogar Temperaturen bis zu 30 Grad und das sollte man auch unbedingt ausnutzen, denn so heiß wird es dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr werden. Denn ab Sonntagabend, da kommt dann auch schon die nächste Kaltfront, was bedeutet, ab Montag erwarten uns dann nur noch Tageshöchsttemperaturen von bis zu 18 Grad. Das ist dann auf jeden Fall um einiges kühler, da muss man dann schon auf jeden Fall eine Jacke einpacken. Ich kann nur sagen, die Sonne, die sollte man jetzt auf jeden Fall noch genießen. Das war's.